Was ist das, was ich bin? Ich mache mal wieder was, irgendwas. Mir fällt eigentlich echt nichts ein, aber ich wollte mich mal wieder melden nach, nicht einem Jahr, aber elf Monate und 15 Tage. Mir geht es gut, ich lebe noch. Ich werde demnächst ein längeres Video machen, denke ich mal, um euch so ein bisschen was zu erzählen, was so im letzten Jahr passiert ist alles. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, dass ich wieder ein bisschen schmaler bin. Seit dem letzten Video habe ich nochmal, ich glaube, 10 Kilo verloren. Ich hoffe, dass es immer noch ein bisschen weniger wird, bin immer noch nicht am Ende. Und ich werde euch ein bisschen was erzählen über mich, wie ich mich so verändert habe, die letzten Monate, inwiefern und was alles passiert ist. Und ich schaue dann auch nochmal ein bisschen eure Kommentare durch und hoffe, ich kann den einen oder anderen auch beantworten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es vielleicht den einen oder anderen freut, dass ich wieder irgendwie aktiv bin. Und mal schauen, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich noch viel mit Make-up machen werde. Vielleicht mache ich mal ein Tutorial für ein Fotoshooting-Make-up. Vielleicht mit einer Mithelferin. Vielleicht schminke ich dann mal eine Frau. Oder ein Ausgeh-Make-up. So ein ganz schlichtes Mal wieder, wäre vielleicht nicht schlecht. Mal schauen. Es wird sich bestimmt was ergeben. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr mir immer noch ein bisschen treu seid. Und ja. Bis demnächst. Lang dauert es nicht bis zum nächsten Video. Ich verspreche es. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.